Wir von Anti-Doping Schweiz bieten hier in Tenero, am Talenttreff, einen Workshop zum Doping-Risiko-Medikament. Das ist für uns ein sehr wichtiger Anlass, weil wir hier genau die Jugendlichen treffen, die kurz vor dem Durchbruch sind, die uns kurz oder lange bei internationalen Wettkämpfen im Ausland vertreten werden. Und die werden früher oder später auch mal kontrolliert. Und darum sind wir sehr froh, dass wir sich auf die Doping-Regeln aufmerksam machen und mit ihnen das Wichtigste klären. Wir waren hier gerade im Anti-Doping-Workshop, hier im 3T, in Tenero. Ich fand es sehr spannend und gut, wie sie uns hier aufklärt haben, wie wir mit den Medikamenten umgehen, die wir reinnehmen dürfen. Und auch Alternativen zeigen, dass wir trotzdem gesund und sicher Sport betreiben können.